Das ist Nora. Das ist Paul. Weil Paul nett, aber langweilig ist, hätte Nora gerne eine Playstation. Immer wenn Nora etwas Neues kauft, geht sie zunächst auf www.gutscheinsammler.de. Da gibt sie ihren Lieblingsshop in die Suchleiste ein und schon hat sie alle aktuellen Gutscheine auf einen Blick. Jetzt noch beim gewünschten Gutschein auf Code anzeigen klicken und schon öffnet sich ein neues Fenster, in dem der Gutscheincode angezeigt wird. Den muss sie dann nur bei der Bestellung angeben und schon hat sie beim Einkauf so viel gespart, dass sich für Paul auch noch was ausgeht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.